die items sind durch. oh wie schnell. ich warte einen moment. erzählts wieder. ich mag den server. komm nicht runter. ja. hi. ich würde den magent nicht anmachen. ich weiß nicht wo die ganzen dinger sind. oben bei der kiste. welche kiste? da oben. wo? sehe nix. die ploppen bei mir immer hin und her da. nach da oben. in der. da sehe ich nix. ich ja. ich nicht. ich finde es eigentlich auch besser so. ich kann doch mal so machen. so. warum machst du das? darum. das muss alles hier rein. einfach hier rein. mit rechts klicken. einfach rechts rein klicken. dann wird ja irgendwann der server. merkt das. wenn wir da rechts rein klicken immer. das landet gleich. alles ist im system. ja. weg gehabt. wie krieg ich das nochmal raus? äh. kriegst du unten gleich. unten im. im me. meine sachen sind auch da drin. deine sachen sind auch da drin? ja ja. ich habe auch schon unten sachen verloren. guck da ist noch eine axt vor mir. ich glaube jetzt haben wir alles. irgendwas habe ich immer aus seinem getrunken. oh. das ist nicht gut. weh ist hier. ja. das ist aber gleich. oh. alter. hier ist noch mehr. hab das bei mir gerade. das meine ich damit. ja. schmeiß. schmeiß irgendwo rein. oh. das tat weh. oh. das. alter. ich habe nur noch zwei herzen. hast du mir gerade was zugeworfen? ich habe nichts gemacht. alter. irgendwelche komponenten haben sie gerade verbunden und das tat gerade schmerzhaft weh. ich glaube ein A. wenn du Schaden kriegst. äh. tu mal. ich habe doch noch Kisten hier. die kann ich noch aufstellen hier. hey. hallo. oh nein jetzt. mein schmerz ist weg. na meins auch. treust du dich. ich hab. hast du eine wench mit. kannst du ihn mal umstellen. mein beck. meine axt. das war's. ja. ich hoffe. ne. ich höre noch was. ich lauf einmal hier so rum. sicher ist sicher. komm. wir gehen nach unten und so Sachen holen. ach. pass auf. die festplatten sind alle rot. wette ich drum. ich habe so viel alter system hier aus. ne. die. oh. eine sei. ist komplett rot schon. also ich habe irgendwie eine axt und ein schwert voll und definitiv. falsch. da ist meine axt. und meine spitzhacke und mein schwert. und meine wench. deins kommt noch irgendwann. was hast du denn. was hast du denn hier unten reingeschmissen. zettos. zett. zett. zack. oh. ok. bin auf jeden fall noch nicht da. oh nein. da habe ich irgendwas rausgelöscht. scheiße. oh. fuck. jetzt muss ich mir. jetzt muss ich mir eine chemietabelle holen. oh. fuck. oder ich lasse es einfach. google. und chemie. tabelle. bilder. bilder im kopf. dazu sehen die leute das nicht. äh. ne das sind nicht alle. boah der doppelten. da. ja. was war denn da unten in der ecke. ah geil. mit so einem bild sieht man auch alles. da ist das ein bisschen größer. bisschen ordentlich ne. was für ein schwert hattest du denn? tja. ähm. ich hatte hier so. äh. hier jetzt mit smite. mit wizard. so ein wizard ding hier. das hier. ja. meins war verzaubert mit feuer. ne das ist mit smite. oder mit smite. ne das war meins. du affe her damit. dann holst du aus dem system. dann muss smite. meins ist mit. loot gewesen. da. hä. das ist smite. smite ist gegen zombies. oder so. vielleicht ist das. vielleicht ist das noch irgendwo im system. was kommt denn alles. smite 3 ist meins. ist da mein smite? meins sind. die sachen sind alle da jetzt. ja cheater. klaut einfach um meine sachen. hm? klaut einfach um meine sachen. ich hab kein schwert mehr. ja seine sind wohl weg. oh. ich hab mich schon gewundert. weil meine anderen sachen waren ja mit einmal da. mein schwert ist weg. kleiner dieb. ne. ich will mein schwert wieder haben. kleiner dieb. das war eine schütte party fand ich. hm. ist klar. nicht. ich hab noch mehr ne. von den dinger. aber dafür lehre ich jetzt mal erstmal mein inventar. damit ich nix habe. auch so eine axt. damit ich die dinger dann offen machen kann. aber ich mach das jetzt anders jetzt nicht einfach jeden ding nach dem anderen raus. damit du nicht weinst. das so slim ist. ja. deine kiste kann ich mir nehmen. ich hab eigentlich genug lagerung. sobald das ding. ok. ach ja. was. du hast mal knet angehabt ne. hm. guck mal in deinen inventar jetzt rein. naja. der kommt schon wieder nicht hin mit dem befüllen hier. der muss wieder meine axt verschwunden. hier ist er noch ein spiel. ah nee. jetzt riecht er null an. oh. meine rüstung hat er jetzt auch ausgezogen. oh. meine rüstung. jetzt hab ich. jetzt hab ich keine hose mehr. jetzt hab ich keinen kopf mehr. jetzt hab ich. oh. jetzt hab ich gar nix mehr. jetzt hab ich gar nix mehr an. ich bin komplett nackt ausgezogen. sind die noch mehr irgendwo. muss ich das irgendwo hier drin hängen. naja. okay. ich weiß mir wieder meine materialien und meine ordnung. schmerz. nehme ich gerne. quesche temme. gott. muuuu. muuuu. musik. saufo. für einmal tanks questbuch immer unter es ist nicht die axt auch meine achse ist ja weg bis jetzt wieder sind los mit dem beat und schon wieder ein paar festplatten von jawohl so darf es das sein meine axt und meine rüstung durchspiel 4000 fe kann grad nicht das wieder meine rüstung anziehen habe ich keine hell in nightmare hat immer das kann auch noch weg und ich komme ein beutel einpacken kann das kann ich ein beutel einpacken den anderen kann ich kisten einpacken ich weiß warum das nicht funktioniert warum da muss noch ein elevator dazwischen ja naja muss vielleicht auch nicht vielleicht macht aktiviert er sich auch bist du sicher der elevator muss dazwischen bist du sicher ihr habt doch drei elevator bekommen ja wie willst du den dazwischen kriegen haben wir da hoch geflogen scheiß drauf me fickt dich doch ganz ehrlich wir können doch ganz unten jetzt ja jetzt warum auch wohl wo ich die quest fertig gemacht habe da heißt eine exklusions nein rubidium 64 stück wie hast du die wir hast den tanken stinger hinbekommen hast du die bei mir raus genommen habt ihr zwei stücke cloud hat gereicht weil ich hoffe ich ein system hatte ich habe natürlich alles genommen so viel genommen das video nein rubidium habe ich noch nicht aus dem rubidium musik